Matura und Lehre, das bringt's. Ich habe zwei Lehrlinge in meinem Betrieb, beide mit schulischer Vorbildung und gerade bei Lehrlingen mit Matura sehr viele Vorteile daran erkannt. Auf der einen Seite können sie von Anfang an im Betrieb mitarbeiten und durch ihre Vorbildung, ihr Allgemeinwissen sind sie auch wesentlich stärker im Umgang mit Kunden. Sie haben weniger Angst davor als Leute, die jetzt aus der 9. Schulstufe kommen und wir Floristen sind ein sehr kreatives Handwerk und bei uns lernen sie halt auch die praktische Tätigkeit, die sie dann nachher auch sicher für ihr weiteres Berufsleben verwenden können. Informationen zur Lehre nach der Matura unter www.wko.at slash wien slash sichere Zukunft